Ich bin hier bei Piss FM und äh, KISS FM, macht doch bitte mal diese Sprache da runter. Ey, das kennt ihr Nils Ruf, der Kasselmensch von Kami, äh, Katze. Ich bin total gesund. Kann ich eigentlich auch mal Kami Kätzchen sein? Naja. Guck mal, Brust angenommen. Hier und da was ablaugen, aber die Titten, das reicht dafür anderthalb. So, im Radio darf man nicht Titten sagen, wir sind ja ein Jugend. Titten, Duteln. Bitte. Leute, wir, 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 wir Fletschen, Bruder, wir wollen genau die Duteln sehen. Titten. Ja, Nils, ruf die Tür aufgemacht. Nils, was willst du denn hier? Hier ist doch aus, der auf der Tür. Was? Hier ist doch aus, der, das offene Loch. Nein, das was geht hier. Nein, ein Scheiß, ein Scheiß. Geil. Ich bin hier, um einen schönen Kommentar, äh, ein schönes Boot aus der Welt vorzulesen. Und zwar ist das Thema, soll man für das Verhalten Boris Beckers Verständnis zeigen? Zwei Standpunkte. Und den Pro-Standpunkt hat Walter Kart geschrieben und den Kontra-Standpunkt Stefanie Bolzen. Und Stefanie Bolzen ist dagegen. Sie ist ein intellektueller Radiosender. Nee, die Welt ist aber auch nicht intellektuell. Ist wirklich sehr lustig. Wer hätte das gedacht, dass eine Frau einen Kontra-Artikel zu Boris Beckers Sexualverhalten hat? Ist sehr, sehr lustig. Ich, ähm, mache jetzt eine, ähm, ID rein von Kelly Price, weil die kommt jetzt hier gleich. Eine ID von Kelly Price? Ja. Kelly Price ist das nicht so eine, äh, so eine, so ein bisschen dicke, ne? Weil das Lied kommt jetzt jetzt hier, Ella Cool J. So eine fette Rap-Sau. Soul-Sau. Sag nicht Soul-Sau. Fette Soul-Sau kommt jetzt gleich hier. Du, du bist so ein Moderatoren-Arsch, oder was? Nee, geiler. Du bist so ein geiler. Naja, ja. Geiler Moderator. Was? Und kann ich mal, ähm, diesen ID hören? Ja, die kannst du hören. Hey, what's up, everybody? This is Kelly Price, and I'm chilling with my girl, Dirty Danny, only on 98.8 KISS FM, Berlin's Best. Hast du gehört? Boah. Was ist denn hier noch angekommen? Sind das Organe, die die Zuschauer vorbeigebracht haben? Nee, das ist nur so ein bisschen Kulisse, damit die auch in Stimmung kommen, weißt du? Ah, damit ich ein bisschen geil werde, ja? Auch immer so ein bisschen. Ja. Na, warte mal. Stück. KISS FM, wir haben es sieben Minuten nach neun in der geilsten Hauptstadt. Das sind, das sind, das sind jugendliche. Okay, Moderatorin in mir, ja, ja. Früher haben die Kinderkrankenschwester gemacht, ja. Aus Katzen, aus Katzen. Ja, die können auch Katze daraus sprechen lassen, aber aus Kotzen, ja. Fuck you Hotline. Ja, früher gab es also die Verbraucherberatung im Radio, heute die Fuck you Hotline. Was früher, also Kinderkrankenschwesterinnen geworden wären oder Putzfrauen oder aber Hausfrauen oder was einfach nur für einen schnellen Fick herhalten müsste. Und das moderiert heute hier im Radio. Tag. 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 Tag.